Kommst du dir manchmal auch so ein bisschen fehl am Platz vor, dann ist das vielleicht nur, dass du nicht weißt, warum du da gerade an diesem Platz bist und welche Aufgabe du für irgendjemand anders erfüllst. Es ist nur dein Gefühl. Die Sache ist so, wie sie ist und du gibst dem eine Bedeutung.